hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von daisy jawohl und ich habe gerade jemand essen gehört das ist voll kacke mit dem jomo und dem momo ja genau mit dem jomo und dem momo ich bin gerade etwas unter strom wir sind direkt in der nähe von balota ja der jomo ist in der nähe von balota wir haben nämlich etwas tolles zu verkünden wir haben single kriegt wir spielen zu zweit nur leider bin ich nicht beim jomo ich habe schon seit keine ahnung wie lange versuche ich zum jomo zu kommen aber irgendwie hat er kein glück erst mal bin ich spawnt auf jeden fall ganz weit oben an der küste du bist irgendwie ein slovetianer oder sowas ist sowas ich bin erst mal ganz weit oben gespawnt aber nichts weiter unten ja dann bin ich kurz vor da war ich in elektro kurz vor balota und da war da ein spieler der hat mich angegriffen und dann hat er hat ihn einfach niedergemäht ja dann bin ich gestorben damit ich in svetlojas gespawnt noch weiter kann man nicht weg von balota ne noch weiter weg geht wirklich nicht alter dann habe ich mich umbringen lassen ja jetzt bin ich in kamishowu gewesen kamishowu? das ist ein kackzombie lass ich mal die klappe halten da draußen entschuldigung ne ich mein dich nicht ok da hinten sind hallen wo ist denn mitte t y n e a da oben scheint immer drin zu sein und auf dem server ist wieder ganz schöne menge los man kann ja mit dem gucken alter falter mein gott ok ich bin kurz vor kamishowu ich hab schon wieder geld ne das ist munition teilen werden aber ich hab das gerade auch gehört wenn wir das beide gleichzeitig hören ok soll ich direkt was meinst du zum tower direkt ach ich renne einfach mal rüber ja mach das ich renne ich renne in der letzten folge hatten wir jemanden hier getroffen im dunkeln zum glück ja läufst du nochmal in den tower rein und guckst ganz ganz vorsichtig mach ich gerne das sieht viel schöner aus bei dir viel schöner ja ja ich muss dir die grafikeinstellung runter stellen komplett achso wow ich laufe einfach durchs gebicht ok ich bin drin so wir haben ja unsere geile mütze hier scheint nichts zu sein schön vorsichtig umgucken ne da bleibt was hinter der treppe glaube ich ja guck mal ich kann zu dir rüber lügen und hier laufen ja ja das ist alles ganz das ist super duper ah ein green cargo pant was ist das denn worn was ist ein green cargo pant ist das eine grüne hose die hat sechs slots aber genauso wie unsere deswegen ne die hat mehr ach da also deine entschuldigung deine pack das jetzt alles um pack das um Junge Junge mach schneller ah ok ja er hat alles umgepackt das ist super duper du hast die uhr ne ja ich hab die uhr schon gestartet ich bin jetzt gleich in kamishowu mach halt die klappe da draußen Zombie ach entschuldigung du bist gleich in kamishowu da liegt noch was das ist eine pistole ich hab keine ahnung ne das ist Munition das ist Munition Matchbox Christine nimm mal mit ja wir haben ja nicht so viel so da liegt noch was und oben schön ducken ne ja ja natürlich ich geh die ganze Zeit geduckt oh ich hab noch mehr Munition 9mm Pistole äh Munition oh hatte ich auch ich hatte 25 Schuss 9mm und oh gelbe Kette 22,50 ich hab ein Weapon Cleaning Kit ne also wenn jetzt pack das doch mal ein man oh 11 Sekunden 13 oh der Server ist down das ist ja richtig geil ja gut dann äh das fängt ja super an dann würde ich sagen machen wir äh eine kleine Pause einen kleinen Cut hier und sehen uns dann gleich wieder ja warte mal ich muss mal eben hier rausrennen das bringt nichts du wirst genau da wieder spawnen weil der Server down ist weil der Server down ist ja oh dann kann ich ja ein bisschen hier rumlaufen ne ja ich geh dann mal raus ok dann machen wir eine kurze Pause so wir sind wieder da jawoll äh Server hatte eben kurze Probleme keine Ahnung vielleicht hatten wir auch Probleme ich bin einfach mal wieder hier reingegangen ich hab grad was irgendwas doofes gehört warte mal ich nehme meine Waffe halt die Klappe vielleicht 95 halt die Klappe hey warum geht der in die Ego Perspektive das hab ich doch gar nicht gewollt pass schön auf ne also lass dich nicht abmoksen ja ich pass auf ich hab keine Lust mehr in den Tor hier rein zu gehen ich geh einfach mal raus ok dann laufe da raus und äh mach wie du willst ja ich mach ich mach in den ersten Hangar rein würde ich sagen da ist wieder so ein Kack da ist so wie die ist eigentlich ganz gut weil die laufen sonst immer zu Spielern ne ja und wenn da Zombies sind dann sind keine Spieler da mir scheint aber nichts drin zu sein oh mein Gott was denn jetzt passiert einmal zurückgesetzt ja das geh nicht hier ist offen hier liegt Werkzeug da ist der Zombie ja ich glaub das Werkzeug ist nicht unbedingt notwendig ne das Werkzeug ist nicht notwendig baue ich nicht ich geh wieder hier weg da ist ein roter Rucksack oh ich hab gerade einmal essen gehört ja hab ich auch gehört das haben wir gleichzeitig gehört dann ist das nur ein Bug gewesen gleichzeitig essen ah da ist noch ein Zombie ja das ist super das heißt da sind noch keine Spieler das heißt du bist der Erste ich bin der Erste wuuu ich bin beim Leuchtturm das heißt ich bin jetzt gleich wieder bei Elektro knack knack warum knackt das denn hier so ja ich hab dich gehört du bist gleich bei Elektro ja und ich bin hydrated und stuffed so pass die Waffe weg alter danke mach die Tür auf halt die Klappe mit dir redet keiner die ganzen blöden Zombies so ja ich scheine wirklich hier der Erste zu sein dann hoffe ich oh hier liegen ganz viele Sachen rum jawoll alles mitnehmen ich hab wieder Dosenfutter Doppelklick ne also nicht ja natürlich ich hab das seitdem du mir das setzt und was zu trinken ne Bandagen sind das Bandagen ganz ganz wichtig falls du mal blutest und ne Karte hab ich glaube ich gerade gefunden ich hab schon wieder jemanden essen gehört ich auch ja dann oh Glück gehabt jawoll ich hab ne Karte dann pack ein und ein Kackzombie hab ich gehört ich auch gleichzeitig ja ich hab den auch gehört der hört das auch was ich höre oh kann man das aufmachen nein kann man nicht verdammt jetzt bin ich auch noch nass warum bin ich nass ich hab grad jemanden was aufhören also das hab ich auch gehört ja das ist gut solange du das aufhörst dann bin ich glücklich da liegt ne Pistole ich hab ne Pistole die liegt da ne 1911er dann hast du Muni die 9mm nein die 14 45 CAP in das Magazin Magazin in die Waffe und schon hast du deine erste schussbereite Waffe okay mach das am besten oben bei den Betten nicht da oh was haben wir hier oh 7,62x39 ich glaub das ist SKS nein das ist nicht SKS ja das kann sein badly damaged ich guck mal ich bin ja sowieso noch an schon wieder Pfff einfach mach das Pfff hör auf mit dem Pfff warte ich guck mal was die SKS denn braucht ja guck mal ja ist SKS Muni was du hast oh das ist doch genial ja aber ich brauch Mosi Muni für mhm für deine Sporta Sporta ne ich hab keine Sporta ich hab doch die davon ist ne ne Hake aber brauchst du nicht und ein Gammel Apfel glaube ich ist das ich hab grad was aufmachen gehört oh das hab ich nicht gehört okay mach deine Pistole schussbereit Magazin Muni ins Magazin Magazin in die Waffe und dann Waffe in die Hand okay welche bei der 1911 war das 45 CHP genau da rein die 45er CHP nimmst du einfach und packst sie auf das Magazin okay load load Ammo okay und jetzt Magazin auf die Waffe auf die Waffe ja ne andere rechts ja genau und jetzt jetzt wähl die Waffe aus okay auf 5 ist das genial wir haben wir haben okay jetzt ist sie schussbereit okay einmal rechtsklick kannst du zielen ja ich sehs einmal rechtsklick drücken also nicht gedrückt hat ja genau also die ist jetzt schussbereit wenn was ist ja ich kann ich hab ne erste Waffe das erste Mal das ist schon mal was okay aber in der Ergoperspektive muss ich sagen kann ich das ist das nicht so mein Ding wir nehmen die Pistole mal lieber runter ich bin komplett durchnässt ja da liegt noch was ja ich seh das schon Thunfisch wie kannst du den liegen lassen ja den wollte ich nicht liegen lassen aber ich muss sagen ich hab langsam genug mach die Tür auf danke noch ein grüner Rucksack noch ein grüner Rucksack noch ein grüner Rucksack und sonst liegt da nix ne okay ich bin jetzt gleich hier beim bei so einem Schiff hier war noch was zu essen ich nehm das mal mit ah ne das ist ne 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 das nehmen wir lieber nicht mit okay ich hau dann jetzt hier ab ne ja das ist eine weise anfang wo bist du jetzt bist du du schwimmst gerade ne ja das stimmt kann das sein dass du gleich in der Nähe von Elektro bist ja so ist es ja durchsucht erstmal dass er fehlt und dann hinterher wenn du alles durchsucht hast kommst du zu mir auf die andere Seite noch laufen ja alter ich lauf grad hier ich hab ne weißt du was da kannst du nicht mal das will ich nicht läufst du einfach hinten rum hier hinten rum ich hab keine Ahnung wo ich herlaufen soll ja genau da läufst du jetzt her einfach entlang und schön im Schutz der Büsche und dann da hinten zu diesen Baracken da hinten hinlaufen und dann läufst du zur Küste runter da äh sind die Militärzelte ich hab irgendwas wieder gehört ja siehst du aber super ich hab auch Muni teilen gehört ja schöne Pistole in der Hand halten genau da hinten zu den Gebäuden läufst du ober alle durchsuchen da findet man manchmal auch was in den Gebäuden ich schwimme hier gerade so horstig rum ey wir schreiten hier so rum das soll ich mich noch rumgucken ja da links die Gebäude okay warte du bist nur du bist jetzt rausgegangen ja bin ich auch soll ich nicht rausgehen ne rechts da sind auch die Baracken da ist immer Zeug da ist immer Zeug da soll ich hingehen ich schwimme gerade durch den Boden ja ich bin wieder an Land okay ich glaub ich mach das hier gerade total falsch aber das ist ja in das Zelt erstmal reingucken ja da ist jemand drin aber sollte es nicht so offen ja ich bin in falsche Richtung gelaufen ok schön umgucken hier scheint aber keiner zu sein ich hab glaub ich Glück ja ne die geht nicht auf das weiter weiter durch weiter das geht auch nicht das nächste müsste gehen das nächste ganz sicher ja einfach weiter durchgehen du schaffst das oh da ist ein Zombie ja egal der hat dich nicht gesehen super ist noch alles zu und dann alles durchsuchen alles was da liegt ist alles zu das ist echt gut da links war noch eine Tür ne schuhe Entschuldigung du meinst den Zombie ne ja ich meinte den Zombie ja wie könnte ich dich denn zu dir sagen dass du die ähm 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 halten sollst der ist gerade da rüber gelaufen soll er ruhig mal machen ja der hat mich voll erschreckt tu mir leid alter scheint aber nicht so viel zu sein nö warte ja lass den Zombie in Ruhe der macht jetzt eh nix immer dran denken leer drücken und dann kannst du zuschlagen ok tot ok super dann nehmen wir mal wieder die 5 die 1911er die ist glaube ich das ist doch eine sehr gute Pistole wenn ich mich äh ja das ist glaube ich mit einer der besten daran liegt denn da da unten liegt noch Muni ne ja ich glaube schon das ist ja SKS Muni super dann nehmen wir die einfach mal mit sollte ich eine SKS finden dann gibst du mir das Muni ja natürlich du darfst dann die Munition haben da liegt noch ein Möppencleaning Kids aber ich hab glaube ich noch oh ich bin am Baum hingegangen hier liegt schon wieder ein Rucksack ich hab noch ein Möppencleaning Kids also raus was ist denn das dann kannst du die Waffen reinigen aha so ich hab jetzt noch eine Dose gefunden noch ein Rucksack so wenn du jetzt weiter durch gehst rechts ist dann noch eine Tür da rechts siehst du die ja da kann ich aber nicht rein ok und dann noch die anderen Baracken durchgucken ja werden wir jetzt mal machen die gehen alle nicht auf also die geht nicht auf nur die einzelnen da ja ja genau oh Dose hab ich gehört ich auch du hast sie auch gehört ja warum hört man das denn alles gleichzeitig also das heißt jeder Spieler der hier drauf ist hört diese Dose ja das sind dann diese Soundbugs ein roter Rucksack man warum sind da so viele Rucksäcke ich könnte einen gebrauchen ich würde dir einen mitbringen und ich hab hier 357er Millimeter 20 357 Millimeter was ist denn das keine Ahnung wie viel das jetzt ist soll ich mal gucken ja wo bist denn du jetzt eigentlich ich weiß es grad gar nicht ich hoffe hier immer noch an der Küste entlang ich bin ja geschwommen das hat ein bisschen gedauert war glaub ich auch nicht so schau zu schwimmen oh mein Gott ich hab noch ne Pistole gefunden ne Magnum geil super duper alles mitnehmen das ist ja richtig geil ey schon wieder Munition Munition teilen hab ich auch gehört und ich hab ich hab Bier gefunden man glaubt es kaum ich hab gleich keine Pistole da oben liegt noch ne Gasmaske nimm die Gasmaske ne musst du oben drauf gucken und dann F drücken ey cool ich hab ne Gasmaske alter geil ey richtig geil ah das dauert noch bis ich bei dir bin ne also ok was ist da oh das ist für die Blaze das ist für die Blaze ich hab's gesehen ich hab's gesehen das kannst du da nachladen stell dich irgendwo rein schön im Schutze ok jetzt pass auf jetzt werden wir die Blaze mal ein bisschen nachladen wir haben zwar immer nur zwei Schuss dafür dann musst du die Box erstmal emptien wo ist denn die da unten neben der Magnum unten da da rechtsklick empty wieviel Schuss kriegen wir komm sag mir mal was los mach mal ähm 20 Schuss hab ich ok dann rein damit in die Blaze und dann wo ist denn die Blaze der ganze ist da oben dann komm mal mit Schätzchen kann man eigentlich gleichzeitig ah ja das geht wie behindert ist denn das load los mach mal ja geil hast du Blaze hat er das jetzt nachgeladen oder was hast du jetzt drinnen jetzt kannst du auch die Blaze nehmen ok dann nehmen wir mal die Blaze dann möchte ich die 1911 haben wenn ich zu dir komme ja natürlich die Blaze oder die Blaze wie du willst ist mir egal ich nehme beide erzähl doch mal die ich will die Waffe haben was ich habe load die Blaze 95 Double Rifle du wirst mal wer hat das denn geschrieben war ich das ja ja das ähm das steht aber da das ist nicht im Global Jet das habe ich zum Beispiel jetzt hier nicht stehen ok so jetzt hätte ich gern mal meine Blaze ah ich musste erst was wegpacken bevor ich irgendwas nehmen kann ja ja ok dann weiß ich ja Bescheid so wir haben Munition das heißt wir können jemanden oh die sieht echt cool aus passt gut auf und jetzt kannst du das Airfield eigentlich auch verlassen und gehst du runter zur Küste wieder und da sind die Militärzettel da könnte Militärzelte da könntest du eine AKM finden ok ich laufe hier wieder raus ich hoffe jetzt erschießt mich hier keiner es könnte sein dass jemand hier ist aber ich habe keine Ahnung wir werden das jetzt einfach mal herausfinden ob hier jemand sein wird also ich weiß gar nicht wo ich bin ich kann es dir auch nicht sagen ich müsste ganz kurz vor Elektro sein eigentlich so hallo die Tür ist ja offen ja ist egal einfach weiter gehen einfach abhauen ja ich versuche hier wieder zurück durch den Wald links da kannst du doch durch hier raus ja und dann links runter zur Küste links runter zur Küste ja da sind nämlich die Militärzelte direkt da drunter das ist noch so eine Anlaufstelle für Loot ja da werden ja bestimmt auch noch andere sein ich habe langsam mal genug ich brauche mal eine kurze Strompause muss ich sagen doch wirklich wäre älter ich würde gerne mal ausprobieren bei mir passiert gar nichts ich laufe einfach nur bei dir passiert nichts wo bist denn du jetzt so Eierkopf kurz vor Elektro müsste ich sein kurz vor Elektro wir müssen uns doch mal treffen ich habe eine Karte dabei ich verschwind jetzt einfach mal im Wald ja dann hockst du dich irgendwo in den Busch oder so und gucke auf die Karte oder was ja muss doch mal gucken machst du schon machst du schon ja ich verstecke mich erstmal ich habe keine Ahnung wo ich hinlaufe ich will erstmal nur hier weg ok lauf 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 ja ich glaube da hinten ist Elektro wir haben jetzt so viele geile Sachen gefunden so kurz mal geguckt auf den Server alter Schwede aber es ist ein bisschen weniger geworden ja ja es ist ein bisschen weniger aber nur ein bisschen vorher konnte man noch runterscrollen ich muss wieder schwimmen du musst schon wieder schwimmen ich glaube schon ich komme nicht dran vorbei ok da hinten ist noch ein Dorf ich bin auf eine Insel gegangen auf eine Insel? ja was machst du denn da? eine Insel? ja ich glaube ich bin noch ein bisschen weiter weg wir können noch ein bisschen dauern bis ich da bin ja ok das ist ja super aber der Momo ist auf dem Weg auf jeden Fall wir werden dann hoffentlich in der nächsten Folge dann zusammen rumlaufen ja der Momo wird schon noch ein bisschen zu uns dann hier rennen und du läufst zu mir ja? ja geil jetzt haben wir die Waffe was? halt die Klappe habe ich auch gehört keine Sorge du hast auch einen Wower gehört? ja ok das jetzt das habe ich auch gehört und auch das mit dem Klimper Klimper? ja höre ich die ganze Zeit ok ja dann werde ich mal zusehen dass ich zu dir laufe ja na gut ja na gut ok ich kann schon mal so einen Untergang ich sehe die Hochhäuser von Elektro die vier ne warte mal das ist das ist nicht Elektro sechs ach Ciano ich vertue mich immer mit dem Namen das ist auch nicht Ciano sondern das ist warte Chopevsk 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 keine Ahnung wie das aussprachen wird auf jeden Fall ist das nicht Elektro oder Ciano das ist diese komische Stadt aha denn nur die hat Hochhäuser Elektro sind zwar auch welche aber nicht so wie die da ok ich habe gerade jemand essen gehört ich auch sag doch immer ich auch ja ich höre das auch weil da ist irgendwie glaube ich nicht so viel los da ist irgendwie das hab ich auch gehört ok so ich glaube wir machen jetzt mal eine Pau oh oh tut mir leid wir machen mal wir machen mal eine Pause eine kleine Pause da vorne ist ein Zombie da vorne kommt eine Stadt da vorne kommt eine Stadt ja ok ich laufe ein bisschen links und versteck mich hier im Wald ich bin hungry hydrated hey hier waren wir doch vorher kannst du dich noch hier dran erinnern guck mal hier rüber ja war vorher noch drin echt? ja da in dem Gebäude da vorne keine Ahnung ich weiß nicht also ich glaube ich bin einfach mal ein Glückspilz ich habe noch nicht heute einen einzigen gesehen ja ich habe schon zwei Spieler gesehen die einen Spieler der einen Spieler habe ich da geholfen einen Zombies platt machen war ganz freundlich und der zweite Spieler habe mich angegriffen ja machte nichts ich war fast ein Balota also ich würde ja auch nicht einfach irgendjemanden abballern sondern wer mir nichts tut bin ich nett ich weiß nicht ob das so eine gute Taktik ist soll ich direkt jemanden abballern? direkt wenn ich jemanden sehe BAM ja ok ok da hinten sind die Hochhäuser oh mein Gott da sind direkt die Hochhäuser ja da musst du noch nicht drüber nee nee will ich auch nicht behalte auch schön die Waffe in der Hand ne also wenn was ist du kannst schießen aber du musst präzise sein weil du hast nur zwei Schuss ja das ist schade mit der Pistole wäre ich vielleicht schneller oder? ja die hat aber sieben Schuss ne und ich weiß auch nicht wie schnell die ist ja dafür habe ich auch nicht ganz so viel Munition für die habe ich 20 Schuss hm oh mein das dauert so lange bis ich hier an der Küste bin du das ist ja richtig alter du schwimmst und der schwimmt und der schwimmt und der schwimmt der Junge ja du bist an der Küste ne? da müssen wir uns doch da treffen ja vielleicht was war das denn jetzt? was denn? ich bin hier einfach wir sind zurückgesetzt ja ich nicht warum denn das? jetzt habe ich gelbe Kette jetzt schwimme ich durch die Erde ich wollte schon wieder zurück ja ich kann wieder laufen wow ey dreimal wurde ich zurückgesetzt was soll denn der Kack? lauf nochmal immer wenn ich hier rüber renne jetzt nicht mehr das ist hast du noch was zu trinken? du solltest noch was trinken ja ich glaube ich hab noch was ich werde jetzt einfach mal hier gucken ich verstehe da vorne ja da vorne kommt eine Stadt ich weiß aber nicht welche das ist vielleicht bin ich gleich schon da vielleicht bin ich hier wir sollten jetzt aber gleich jetzt mal eine Pause machen ja müssen wir dringend wir müssen warte mal ich verstecke mich mal eben hier ok mach das ok versteckt so jetzt müssen wir mal hier reinschauen ok wir haben voll die geile Gasmaske wo haben wir denn was zu trinken? Bandagen jetzt sag bloß nicht ich bin erst can of tactical bacon lecker lecker ich glaube ich bin erst in Kanichobo da ist es ja drink so ich zieh mir jetzt mal was rein was hast du noch ein Bierchen ne also ein Bierchen ja das kannst du gerne haben so ein Bierchen ne ich hab ich bin voll ich hab vorhin am Brunnen äh ich war vorhin an einem Brunnen ich hab mich komplett voll getrunken ich bin jetzt hydrated ok der Momo läuft noch weiter wir bedanken uns recht jetzt fürs zuschauen genau und hoffen sehr dass euch diese Folge von Daisy gefallen hat ja und äh und äh versprechen nicht ganz aber hoffen dass wir dann in der nächsten Folge zu zweit sein werden genau auf Wiedersehen auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal